Okay, weiter geht's mit Dragon Ball Hunt. Los geht's, ähm... Oh, ich soll Items klauen. Da bin ich der Spezialist. Geht klar. Oh, Freezer, let's grüßen. Oh, mein Dragon Ball. Mein Dragon Ball, mein Dragon Ball. Ihr sollt ja auch klauen von den anderen. Hier, gebt mir eure Dragon Balls. Ihr Homos. Gebt mir eure Dragon Balls, hab ich gesagt. What the fuck? Wie geht's da? Komm her. Ich hab da was Süßes für dich. Ist aus Gummi. Meine Faust. Ah, wer hat den Witz ver... Oh. So einer bist du hier. Dein Dragon Ball gehört mir. Und du, Homo? Ich hab ihn sowieso gehass seit dem Anime. Das ist ein kranker Homo. Ein kranker, kranker Homo. What the fuck? Ihr frisst Gum-Gum-Faust hier. Ich will den Dragon Ball. Ich hab den Dragon Ball. Fuck you. Cipoma. Piccolo. Ist klar. Meine... Eine meiner Lieblings-Seriein, da krieg ich fast alles. Geht klar. Ah, ich bin gut, ich bin gut, ich weiß. Äh, wie heißt das? Rokudo Nachi Blues. Schauen wir uns mal an, vielleicht kann ich das ja. Okay. Ist nicht wie Hajime No Ippo, oder? Kommt eigentlich hier vor? Deathmatch. Last Man Standing, okay. Ich will ein bisschen noch bearbeiten. Ich habe ja jetzt so neue Charaktere hier alles bekommen. Ich will mal sehen, ob ich die jetzt verbitten kann. Äh, Kralin? Warte mal. Wo ist Nahuto? Rote Charaktere kann ich einsetzen, oder? Ja, rote Charaktere kann ich einsetzen. Okay. Naja. Okay. Naja. Ähm. Ich kann jetzt einstellen, dass er der Leader ist. Okay. Ah, okay. Er ist... Nein, er soll nicht der Leader sein. Er soll der Leader sein. Er kann nur die da sein. Okay. Hier eine Mülltonne mit euch hier. Nichts nutze von Charaktären. Wo ist... Ich kann Zaun wieder reintun. Okay, aber wo ist Luffy? Ich will Luffy aber reinhaben. Luffy! Luffy! Ich hab da vier Stück. Was willst du eigentlich? Weißt du was? Fuck you! Nein! Ich will aber hier hin. Ach, wisst ihr was? Leck mich. Ich hab auch nicht alle Zeit der Welt hier. Lass uns Deathmatch beginnen. Ja, komm. Sind das Filme? Oh, hier. Das ist von Jojo Hakusho. Der Grüne. Das ist Sanji. Das ist ein Popsaga. Also das ist doch Protagonist vielleicht. Von dem Anime hier. Oder vom Manga her. Ich friss das im Gang. Sanji, nein. Ich hab mich da gerade weggekickt. Hier, friss das. Gewonnen? Ich fahr... Ich fahr nicht echt, wie ich das gerade hier alles mache. Ich schaff es einfach. Ich schaff es einfach. Ich bin halt gut. Ich bin großer. Freund manage. Okay. Ähm, so. Jetzt auf einmal kann ich ihn wieder rein tun, oder was? Jetzt auf einmal. Wisst ihr was? Fuck you, ihr Leute. Dieses richtige Spasten. Zorro. Du kommst in die kleinen Ecke hier auf und bist jetzt mit Wafi. Du verbindest dich mit ihm wie mit ihm. Okay, jetzt muss ich einstellen, wer links ist und wer... Okay, Wafi-Krachter, aber was sind das für Charaktere? Sind das Support-Charaktere? Oder was sind das für Charaktere? Hm, okay. Gibt's auch noch blaue? Den blauen hier gibt es noch. Ich kenne mich da nicht aus. Wenn einer das weiß, wie das funktioniert, bitte sagen. Äh, ach, lassen wir dich ja. Und hol mal, wir brauchen ein bisschen Frauenpower hier. Was? Wafi-Krachter? Okay. Ich verstehe jetzt nicht, wieso sie da, ähm... Lila Naharat? Wer hat sich ein Mann da? Ach komm, lass uns einfach beginnen. Ich kenne mich. Ich bin echt genial. Ich hab echt wieder mal wieder Blute gemacht. Fuck, du. Ich mach auch fast nix anderes hier. Nein. So. Und du bist auf. Ey, kommt mal her. Nein, keiner besiegt mich hier. Keiner besiegt mich hier. What the fuck? So, wer? Wer hat mich angriffen? Ihr, Bissarazingan. Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Junya, Chiaki, Yoniji. Keine Ahnung, welche Charaktere das sind. Okay, ich war nicht so gut, dass ich das dritte vollgeschaltet hatte. Egal. Äh, Sin Sire. Ach, die da. Ich mag den nicht. Ich mag den echt nicht. Der ist komisch. Das ist komisch, eine Rüstung und so. Und das ist... Äh, I'm the master of the universe. Und das ist komisch. Das kommt mir echt so vor. Guckt die Rüstung euch an. Ganz ehrlich, guckt euch diese Rüstung mal an. Point Match. Ja, okay, mach ich. Ja, es kann losgehen. Wenn ihr irgendwelche Tipps zu dem Spiel habt, sagt es mir, ich kann das dann machen. Guckt euch das an. Ganz ehrlich, wer will so aussehen? Wer will sich die Menschen verehren? Die Mucke ist ja geil, aber... Die Kostüme, nein. Ganz ehrlich, nein. Das greifst du mich an, du blaue Missgestalt mit blauem Pyjama. Bombe. Geh runter. Ne. Es ist nur ein Charakter, den ich angreifen muss. Irgendwas hab ich jetzt bekommen. Keine Ahnung. Hau nicht ab, du Missgest... Ist klar. Feige Sau. Wer bist... Hä? Was war das denn gerade? Komm. Feige Sau, komm. Fuck. Ich hab' verloren. Ja, ich weiß. Dieses Missgeburt hat mich auch nicht in Ruhe gelassen. Nochmal. Weil er nicht, äh, nicht mehr angreifen lassen. Los geht's. Komm, 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 komm. So, Sensei, ja. Komm her. Ja, jetzt mal schön, was ich anfressen. Das ist schön. So ist es. Aha. So. Was willst du denn? Komm. Ich hab da was Süßes für dich. Schmeck nach Faust. Ähm. Hat mich gerade einer angebietet? Oder hab ich mir das gerade nur eingebildet, dass der Typ sich gerade vor mir gebeugt hat? Ach so, der wollte was anderes machen. Was stehe? So einer bin ich also. Dass ich auf sowas stehe. Gott, wer hat mir jemische Kisten auf dem Boden. Okay. Der lässt sich einfach das, äh, okay. Der lässt es einfach zu. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuckin. Gott. Ich bin nicht hinterhergesprungen. Bin ich irgendwie linksmüde. Nein. Oh, das war knapp. Ich hab gewonnen. Fuck you. Schon wieder hab ich irgendwie. Ich will so, äh, ja, okay. Äh, Segetarius Armor? Was? Äh, Pick up the target and don't lose it. Lost it? Was ist das für ein, äh, don't lost it? Wollen sie nicht eher sagen, don't lose it? Aber egal. Ist der Englisch Patch. Was ist das Target? Ich das Target, oder was? Okay, der ist schon irgendwie einigermaßen gut. Obwohl da Englisch schwul aussieht. Nix gegen Schwule. Lost muss ich immer wieder betonen. Ich hab nix gegen Schwule. Das sind coole Menschen. Komm runter. Fuck you. So, bin ich der Einzige derjenigen? Was sammelt euch? Was sammelt ihr eigentlich so oben? Eine Fresse, Mama. Was sammelt ihr? Was? Was? Wieso stirbt ihr eigentlich alle? Ist es wichtig, dass ich hier überlebe, oder soll ich hier... Mein fucking Gott. Ja, okay. Kommt mal bitte einer runter. Hat einer eine Kacke geworfen? Was war das braune? Ja, äh, Megaton Punch. Irgendwas rumrum. Ich bringe mich jetzt auch einfach mal um. Was hat das denn jetzt für ein Artikel? What the fuck? Nein! 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 Komm, komm! Run! I have the power! Komm, noch mal. Ja, Mann. Ja, Mann. Ey, wie lange soll das laufen? Ich hoffe, jetzt auch Punkte bekommen. Irgendwie mal. Fuck you. Oh, das Instrument ist weg. Warte, das muss ich ja wiederholen. Du Schlampe! Du fucking... Bitch. Ich weiß. Aber wir sehen uns das nächste Mal, da hole ich mir dieses fucking Sagittarius-Armor. Aber wir sehen uns ja weiter. Aber wir sehen uns mal hierhin. Wenn du, uns erstmal jedes Mal. Oh, mio Kart. Es Planet. Ich weiß nicht ab laptop. Bis zum prioritieswire. iet Mutter especial.